Mein Glücksmoment war, wie wir zu meiner Oma gefahren sind, dass wir auf einmal eine Überraschung gekriegt haben, dass sie eine Katze hat. Das war eine Überraschung für mich. Und das habe ich halt die Streichel, die jetzt immer, wenn ich bei ihr bin. Dass sie sich immer zu mir zu bekuschelt, dass man dann so warm wird. Ich freue mich sehr, weil sie muss immer in die Arbeit fahren und dann ist sie immer so aufgeschossen, dann hat sie immer zu spielen und so. Und so spielen wir halt, ich und meinen kleinen Bruder mit ihr. Einfach nett sein, mit anderen Mitschule lassen und nicht ausschließen.